Leute, bevor das Video beginnt, würde ich gerne eine Abstimmung machen und zwar würde ich gerne von euch wissen, egal ob ihr jetzt am Handy, am PC oder auf eurer Brotdose mein Video guckt, stimmt mal oben rechts bei mir ab, ob ich nur Roblox oder auch mal was anderes bringen soll. Also einfach auf Roblox oder was anderes. Click Hand. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, heute bin ich der Jailbreak und heute ist ein Zufallsupdate rausgekommen, also ein Special Update sozusagen und letztens ist ein Update rausgekommen. Wie ihr seht, ich werde jetzt wahrscheinlich diese Folge vor der letzten Folge hochladen, die ich aufgenommen habe, weil damit ich aktuell bin. Ihr seht, ich habe 6000 Money, das liegt daran, dass ich in der letzten Folge den Army Helikopter gekauft habe. Das Video kommt dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen online oder bis jetzt ist das nächste Video, was online kommt. Und wir werden jetzt direkt mal inspizieren, weil der normale Helikopter hat jetzt auch eine Rope, also wo man sich so hochklettern kann. Aber der Army Helikopter soll jetzt was Neues haben, aber ich weiß nicht ganz genau was. Das ist eine Rakete, cool. Und dann gibt es einen Hang Glider. Und was gab es noch, was gab es noch? Wartet eine Sekunde. Ein new skin, new... Die Donuts heilen jetzt. Okay, okay, okay. Neuer Skin, neue Reifen. Okay, ziemlich chillig. Oho, okay, okay, lass mal da rein, weil da ist jetzt eine Zielscheibe und keine Waffe mehr. Okay, hier sieht es auch ein bisschen anders aus. So, dann will ich auch direkt mal zum Donutshop, weil... Wenn die Donuts jetzt heilen, ist das ja praktisch. Oh shit. Ja, ich glaube, hier gibt es die Hang Glider. Man kann sich einfach so nehmen. Cool. Boah. Oh, er ist noch ein Mal benutzen weg. Wartet. Dann nehmen wir einfach ein paar mehr. Wenn das geht. Okay, es geht leider nicht. So, dann testen wir mal aus, ob die Donuts jetzt regenerieren. Oh, das gibt jetzt viele neue Updates. Das ist cool. Und wir können die direkt nochmal ausrauben. Weil, wenn wir schon hier sind... Okay, nichts da. Aber für die Leute, die jetzt denken, ja, sehe ich ja eh, dass du den Heli hast. Und dann gucke ich das nächste Video gar nicht. Guckt es aber trotzdem, weil da seht ihr ja meine... Alles eigentlich. So. Oh Gott. Als ob. Als ob. Okay, jetzt kann ich gleich verstehen, warum die normalen Helikopter jetzt auch schon diese Dings hier haben. Weil die Dynami-Helikopter-Hage jetzt endlich mal Geschütze haben. Aber sie kosten Geld. Das ist ja kacke. Na, ich dachte gerade so, ja, okay, ist jetzt ganz schuldig. Dann ist der Helikopter ist jetzt eigentlich nur noch schneller und hat halt nur diese Funktionen jetzt. Dann können wir da mit rein praktisch den Helikopter da zerstören. Okay, zerstören geht nicht, aber ich glaube, wir können Leute umbringen. Na, ist ein cooles Feature, aber ich hätte Lüge auch, dass der Helikopter nur diese Rope hat und der richtige Helikopter nicht. Aber, naja. Jetzt muss man überlegen, ob es der Preis wert war. Vor allem, wenn man noch für die Geschütze zahlen muss. Wir können ja mal das Prison, was die Police angeht, mal unsicher machen. Wenn da Police drin sind. Mhm, das sieht mir nach einer Police aus. Ciao. Na, das Aim muss sitzen, aber es sitzt irgendwie nicht. Das ist vielleicht doch kein Police. Oh, das ist doch kein Police. Warte, ich lasse die mal mit rein. Kommen alle rein. Wir müssen doch nur einfach nur E drücken. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Achso, da hängt gerade einer dran. Kommt rein, meine Freunde. Da ist ein Seil vor dir. Ey, diese Leute, die das nicht checken. Na, jetzt fliege ich. Tschüss. Na doch, der Helikopter ist ganz cool, aber ich finde, die hätten das gut raus tun sollen. Mal gucken, ob es noch da ist. Okay, es ist gerade zumindest nicht gespawnt. Ich hoffe echt, dass es jetzt draußen ist. Schade. Schade, schade, Schokolade. Deswegen, wir werden die jetzt alle hier rauswerfen. Sucht euch ein Auto, Boys. Wir haben nur einen Police, den können wir gar nicht abknallen. Und das ist vor allem noch ein Noob. Also, denke ich mal. Also, wir werden das hier rauswerfen. 5.000 Cash ist sehr viel. Ich meine, du musst dir eigentlich nur jetzt kommt Mathe eigentlich nur also 20 mal diese Dings holen und dann hättest du den Lamborghini. Und für 20 mal Dings hättest du 200 Schuss. Also, wenn die gratis wären, finde ich es besser. Oder wenigstens ein bisschen weniger Geld. Okay, das ist Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Na, ich glaube die Bank ist jetzt schon mittlerweile. So, das ist ein cooler Eingang. Dann habe ich euch aber schon mal gezeigt und viele haben geschrieben, dass er Fake ist. Hier ist der Beweis, er geht immer noch. Ach, der Typ, der nicht ins Gesicht laufen würde. Wer? Wer? So, jetzt warten. Ich hoffe, das geht jetzt. Aber ich habe gestern noch gespielt, aber gestern hat es geklappt. Okay. 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 So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Okay. Das klappt anscheinend diesmal nicht. Gestern hat es auf jeden Fall noch geklappt. Ähm, aber dann machen wir das, was wir eigentlich vorhatten. Okay. 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 Das ist ja hier das. Aber das ist... Hm. Ich habe auch gerade nicht genug Geld, um mir das zu holen. Hier gibt es einen Cyclone. Da sieht man irgendwie gar nichts. Na ja, ich werde mal sparen. Und dann werde ich mir die schulen. Jetzt werde ich mir gerade nochmal einen normalen Heli holen und gucken, auf welchen Knopf der den, ähm, den, die Rope hat. Weil die Rope ist so cool jetzt, aber ich hätte es beim Army Heli wirklich cooler gefunden, wenn nur der Army Heli das hätte. Weil der Army Heli ist schneller als der normale Heli, hat mehr Plätze und hat diese Gans, aber die Gans kosten Geld. Und wenn er die Rope noch hätte, wäre das, finde ich, was Besondereres. Vor allem, weil er eine Million gekostet hat. Ich habe gerade ein Geschenk bekommen, Dankeschön. Oh. Ein gutes, äh, gutes Case. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Sterni oder von diesem anderem Typ ist. Öffnen wir jetzt auf jeden Fall mal. Hier sehe ich auf jeden Fall nichts Neues. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall schon genug Geld, um die Reifen zu holen. Oder wartet mal, wir machen folgendes. Wir werden uns ja mal direkt diese neue Textur holen. Und hier ist es auch auf G okay. Weil damals war es ja auf F, das seht ihr noch in der letzten Aufnahme. Also in der die morgen oder übermorgen kommt. So, jetzt haben wir auch 20.000. Ups, das war gerade verkackt. Okay, Textur, Galaxy Wave und gekauft. Huch. Nein, ich kaufe mir keine 50.000 Cash. Da kann ich jetzt 250.000 Cash kaufen für 10.000 Robux. Das sind fast, also das sind ungefähr 70 Euro, aber das würde ich nicht machen. Ich meine, 200 Euro ungefähr oder ein bisschen mehr zu 250 für eine Million. Ne, das spiele ich lieber. Ja, der Skin sieht nicht schlecht aus, aber... Na, ich weiß nicht. Wenn man zwei, einmal die Textur und einmal die Textur gemacht hätte, fände ich es viel besser. Aber ich glaube, die Textur hier gibt es auch. Das ist ja Galaxy. Die habe ich nicht mehr. Galaxy habe ich nicht mehr. Passt auf. Die habe ich nicht mehr. Aber Galaxy Wave habe ich. Ich möchte sie dann noch ins Loch rein zu fliegen. Hat auch geklappt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Abonnieren und liken nicht vergessen. Hier ist eine Police. Sie ist nicht freundlich. Was man noch austesten kann, bevor ich jetzt quitte. Erstmal vielleicht jetzt hier von der nicht festgenommen werden. Okay, es hat ja gut geklappt. Und jetzt? Ne, den Helikopter nehmen wir uns nicht. Wenn wir ihn nehmen. Den. Wenn ich jetzt sauer kletter, kann ich gerade sagen, ich habe auch einen Instagram Account. Und er ist in der Beschreibung verlinkt, den wir draufklicken. Und einfach folgen. Oder hier ist auch der Name eingeblendet. Und dann fliegen wir jetzt hier mit weg. Mal gucken, wie der jetzt genau sieht. Scheiße. Ähm. Wir fliegen so hoch wie es geht. Springen raus. Und machen das hier. Hat ja sehr gut geklappt. Ja. 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 Ja.